ich verstehe warum das nicht sagt ja es ist noch etwas rumgelaufen ich wollte eigentlich keinen lärm machen macht die tür zu ihren nasen alter ja ich musste die erste zumachen deswegen alles verkaufen nicht alles gefühlt ja so 1000 spare ist ja schon gut 400 wir haben hier schon liegen nice for 20 ich lasse mal hier liegen was denn es geht erst mal ab und dann warten wir erst mal weil das nicht viel was wir da jetzt haben 2400 das sollte reichen das sollte reichen könnte wenn viel haben wir 250 wir haben ja noch eine maske und kälsch und magic 7-ball echt gut ausgenommen gerade alles holen reichen nicht reichen die reichen nicht reichen nicht fliegen auch 100 ungefähr was hast du ja ich rede von wie viel value du kopfnase ja wir haben 2k gehabt gerade 2k man ja ich weiß jetzt muss ich richtig rakete machen und gut holen jetzt müssen wir eigentlich teilen fast schon zu 4 rein oder hätte ich auch gesagt eben ab mal gucken was wir jetzt kriegen ich schätze mit 17 mindestens das heißt also wir müssen jetzt tausend holen mindestens ja die runden müssen schon gut sein einmal möglich ja klar also wie gesagt eben hatten wir ja hätten wir noch 5000 holen können kurz mal wieder aufheben ja okay das geht aber geht 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 ist nicht so viel mehr haben wir 845 habe ich nicht weil mir aber gerade auch ich bin nicht gestorben ich habe das das walkie wir könnten mal ein paar taschen auf vorrat bestellen die kosten gerade nur 10 ja mach holt 10 10 taschen lampen sind auf titan mark bist du da oder ja hallo ich lande also ihr müsst mehr 11 taschen lampen holen ja genau hallo ja ja warum springst du hast du falsch angekriegt nein stop du los in der ahnung man das ganze nicht werden wir haben mir leid ein zweites Leben so ein paar Taschenlampen also ich hab drei so ich hab vier sogar ich hab dir gestapelt hab dir gestapelt ich hab dir schon vor hat scheiß das gern gemacht, egal sind hier noch welche? ich hab keine mehr so Marek, nenn das rein, komm rein in die Räger oh ja oh ja oh ja ich geh mal Fire Exit, ne? egal, dann wird das das war huge ich bin Fire Exit ja hier unten da war der Marek rechts moin moin komm mal raus, was geht was geht ab? geil, haben wir zwei Schlüssel perfekt hier will ich nicht lang müssen vielleicht aber bald ich will hier nicht lang, das fehlt jetzt nicht mehr ja für mich schon wir müssen krampf werden wenn man wenn man wenn man wenn man wenn man durch Wasser sprintet hört man sich da nach dem Feuerherd abkommt ja so ein bisschen wo ist Mike? feiner Mike? ich hör dich Lutz, lass click an, lass click an, lass click an, lass click an ich klatsch den warte 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 kurz ja ich ja hier ist nichts nur wieder zurück er ist da ich hab das gehört er ist da hinten hier an der Tür ja dann lass es woanders hin ja für den Weg Digger oh wo seid ihr? wieder zurück oh Gott oh Gott ich hör ok irgendwas ist passiert ja ich hab komische Vision Coilet Coilet wo? ne kriegst du mit ich glaub das ist wenn der mein Monitor mein Monitor wurde so verschwommen ne das hat nicht mit Coilet zu tun was ich hab meine Leitgehebe ja aber ich hab keine gesehen oder wenn man einen Bracken sieht meine Bracken ja hab ich das noch nie tatsächlich ich hab meine Coilet schonmal wenn er den lange anguckt hat dann kann man das auch oder ist Marek an dem Blob gestorben weiß ich nicht dann wär trotzdem ein Leiche da vielleicht passiert ein Blob ich glaub sie sind oder so ja war da erst Fire Exit rein und keiner oh ja lass mal Fire Exit oder? ich kam von da der verfolgt dich einfach nur lauf kannst drüber springen lauf aber nicht rein die killt sehr schnell ja Bracken ja Fire Exit ja lass den wechseln lass den Fack mitnehmen und dann wir lagern oder? naja müssen wir ja ich legs kurz hier ab let's go hier ist nichts der Raum ist leer ok wow hier gehts weiter hier waren wir schon oder? Bracken muss abpassen genau dein ist Main Entrance ok da lang nicht scheiße das bedeutet wir waren hier schon da ist die Tür ACHTOR! Bracken alles gut Es weg es weg er ist weg es weg es weg jetzt aber kurz angucken ist was fertig der ist nicht krass der kann nichts ja wir waren wie n Kill oh oh da hab ich Angst vor jetzt irgendwie oh oh Janik ist tot Oh mein Gott. Janik. Okay, hier ist ein Zielkettel, da ist ein Aehrhorn. Geh mal rüber. Lass mal rüberspringen. Lass mal rüberspringen. Der Janik, die ist nah. Sehr schön. Okay, lass langsam abdüsen. Ja, will ich auch für. Die Position wird dann gleich becampt. Ja. Wo waren wir, wo geht's lang? Ich hab's vergessen. Hier lang. Oh! Oh, 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 oh. Warst du lang? Nein, oh Gott. Wie gesagt, minimal. Ich weiß. Ich hör andere Steps. Oh, da ist Gott. Alter, russer. Was denn? Warte, wo kamen wir her? Scheiße. Ach, hier lang. Immer dieses Runterspringen da. Ja, easy. Das ist ja nicht schwer. Das kann man eigentlich nicht verkacken. Eigentlich. So, let's go. Den kann ich nicht mitnehmen, die Roboter. Ah, Kies bleiben hier. Ich kann mitnehmen. Also einen. Ach, scheiß auf die. Tja, diese Taschenlampen. Boah, 300 nur. Ey, wir haben noch zwei Tage. Wir brauchen noch 600. Das ist in zwei Tagen sehr gut möglich. Wenn wir nach Puffer kriegen, wäre ja nur sehr gut. Ja, ja, ich weiß, aber... Also diese Quote sollten wir hinkriegen, wenn wir nicht sterben. Die danach wird sehr schwierig. Ja. Ja, die fragen ich mich auch, wie wir die machen wollen. Ach, was für Lappen, ey. Also Mann kann ich nicht verstehen. Er kannte, er kannte ich auch nicht. Yannick, das war sehr episch aus, muss ich sagen. Hast du es bitte geklippt? Ja, habe ich einen 5-Minuten-Clip wieder gemacht. Prost. Ja, bitte... Weil, Digga, das war auch so dumm, Digga. Ich schwöre, ich habe leertes gedrückt. Aber er nimmt es einfach nicht bei dem Sprung. Aber wir können hier bleiben. Ja, also Rant und Dine sind Eclipsed. Alter, es sind 4 Planeten Eclipsed, ne? Ja, Digga. Experimentation, Azurance, Rant und Dine sind Eclipsed. V ist nix, Titan ist nix, March ist foggy und Offense ist rainy. Ja, Titan. Ja, wir bleiben hier. Das lädt verdächtig lange. Ja, ich habe auch schon. Lädt viel Loot, das ist ein gutes Zeichen. Bedient euch an den Taschenlampen, ne? Oh, die war leer, bruh. Hallo, Titan. Wo ist er? Ja, bin da, bin da, bin da, alles gut. Und rein, Digga. Aber Yannick, ich sage so, bin enttäuscht. Mann, ich habe leer, dass du gedrückt. Weil du müsstest mittlerweile wissen, dass Springen leicht verzögert ist. Was hast du? Du müsstest mittlerweile wissen, dass Springen leicht verzögert ist. Ja, aber ich habe ja die Verzögerung trotzdem mit einem berechnet. Oh Gott. Premium, Jungs. Geil, wirklich sehr geiler Sport, Digga. Ist weg, habe ich gelöst, habe ich gelöst. Premium. Klemmt nach oben rein. Ja, Mann. Ja. So nennt man mich hier in der Klemmter-Branche. Lol. Alter, was für ein Raum. Warte mal ganz kurz. Digga, was ist hier los? Das Painting, lass kurz rauslegen. Lass mal Eingang gehen. Ja, kurz rauslegen, die Scheiße. Ich muss zurück, ich habe meine Taschenlammer nicht aufgeladen. Lass mal rausgehen. Gib mir die Sachen, ich gehe zurück. Warte, hier, hier. Gib mir die Sachen. Äh, hier. So und so, bis gleich. Okay, ich gehe kurz mit, Warte. Nein, scheiß, wegen der Zahnpast. Die eine zufällig, wegen der Scheiß-Zahnpast. Ja, egal, 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 egal. So, wir rein. Äh, so. Oh, ich hoffe, wir schaffen das, ey. Das wird hart anstrengend. Nice. Oh Gott, und wie hier hinten? Fire Exit, Fire Exit. Da waren wir ja nicht. Dann holten wir. Alter. Oh, Schwierze. Oh. Kaffee-Mack. Meck. Oh. Oh, what the fuck geht hier ab? Herkos hier noch. Hier ist lockt. Digga, wir haben dickchen Loot. Wir haben dickchen Loot. Aber wir wollen... Oh, wir wollen den Schlüssel. Haben wir einen Key? Wir haben noch einen Key drin. Ja, wir haben einen Key drin. Das war ein Seckbring und Key holen, Luca. War hier hier kein Key? Äh, Ozan. Okay. Lass einen holen. Ja, ja. Oh, hier ist noch eine Two-Crush. Hab ich mitgenommen. Wir müssen uns beeilen. Holt euch keinen Fallschaden, ne? Jetzt nochmal unterlaufen. Ja, Ozan. Ja. Kein Fallschaden. Ja, kein Fallschaden. Ich hab einen Key. Ich hab einen Key. Warte, lass mich alles zurück. Hab einen Key. Ja, warte, ich hab ihn nicht. Und dann meck ich noch ein Glas. Ihr ladet kurz auf, einen Scheiß, falls wir brauchen, ne? Wo ist Marek? Ich bin noch voll. Marek ist doch noch oben. Marek? oh mein gott oh my fucking alter alter er ist gerade in mir gespawnt der brecken also hier so dicht da war auch als im gang in der anderen tür hier ist ja richtig Call of Duty hier ist ja richtig Call of Duty pick it up Ozan du musst da weg hier ist es wirklich Call of Duty ja ich will irgendwie gehen also ich meine wir haben schon Mut gehabt ja es geht mehr warte ich ja ok ich gebe dir recht ja aber hier ist noch ne Tür gewesen nein war noch ne Tür ach du recht Alter oh mein gott oh mein gott 2 bleiben noch ich bin Team bleiben wo ist denn der Ausgang ich würde auch bleiben wollen warte ich zeige euch den Ausgang komm her aber sonst gehe ich nur ich zurück hier lang ach so geht's turret ne hier ne scheiße hab verloren hier ist Funskissen oh ach ach du red can nicht hin nicht hin gucken warum ich ok unser Anführer ist weg nein warum ich äh ja fuck achso der Bracken ist mit Ozan über die Mine nice ist der Bracken jetzt tot oh ich hab fett FPS drops gerade alter hab ich mich grad erschrocken ich hab mich jetzt erstmal von Bracken erschrocken der Bracken war hier der steht da warum sagt Barik nichts warte ist er noch da er ist weg warte ich opfere mich ich opfere mich ich gucke du opferst dich nicht wir gehen jetzt zieh 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 geil oh geil hey hier lang hier lang hier 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 ja 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 raus hier tschüss Digger Digger Call of Duty oh Riese 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 einfach runterspringen also kurz Ausdauer und dann runter ja direkt Rakete rech 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 oh oh raus weg holy shit dude mein Spruch war auch gut wir haben unseren Anführer verloren naja wirklich in der Situation der Hörei Darm da war ne Riese zwei das war zwei Riesen Digger Ozan wollte uns halt den Ausgang zeigen ja dazu gekommen er hat das doch da heil raus geschafft ja ja war auch nicht so schlecht 500 ja kann man machen was ne scheiße ich hab ihn nur angeguckt Alter wir haben es geschafft alles gut ja ich weiß aber gut aber Kuss 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 Luka Kuss unser Anführer ist weg ja unser Anführer ist weg ja in der Situation war es ja unser Anführer weil du uns den Ausgang zeigen wolltest ähm dein Ding jetzt erst eclipsed ähm Ozan dein Taschen ich hab ein ich hab ein neuer aufgehoben achso ok uns fehlen nur noch uns fehlen noch 30 37 ja ja sollten wir schaffen 37 jetzt zu finden ja Marek jetzt bist du dann dauernd afkar wartet jetzt bist du dann dauernd afkar wartet warte mal jetzt musst du meinen Lappen gekauft haben ey wer seine Lappe nicht auflädt Alalalalo wo für uns ist er jetzt oben Alter ich dachte du musst ne Mimic also leck, nirga, nirga, nirga hallo ja hallo boah ich dachte du hast ne Mimic na nein nein dann dachte ich wäre einer weil ich still war und im Gefolg Alte, ich dachte, du helfst einfach an die Schaufe hier. Hier ist ein Van direkt hier vorne. Ja, hier ist nichts oben, Luca. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Warte, du bist zu alt. Seid ihr lang da? Gott, Gott. Noch ein Van. Wow. Wow. Der Gang war's. Echt so? Ich würde sagen, wir gehen da rüber. Schöner Sprung, Marek. Habe ich gerade einen Nutcracker gehört? Nein, das ist so nicht. Nicht, ich hab's schon rausgehört. So, äh, Benz, der dritte jetzt schon. Ich wollte dem Benz nur sagen, hab ein bisschen Respekt. Ja, gut gemacht. Das ist gut gemacht. Ja, da, spannend. Moin. Comedy. Oh. Locked. Ich finde es halt auch echt geil, du findest 10.000 Türen, die verschossen sind, aber einmal in fünf Runden findest du ein Schlüssel. Ja, ist echt so. Ja. Und außer in einer Runde findest du einfach mal 15 Schlüssel oder so. Perfekt, hier ist gar nichts. Mein Gott. Oh, dieser fette Gang. Hier geht's so lang, ne? Ja. Ach, war das? Das Kamin? Das Kamin. Da. Das Kamin, glaube ich, hier. Hier ist nichts. Das Kamin. Oh, sorry. Painting? Ey, das wollte ich gerne nehmen. Das ist so, Yannick, Föv? Alter, O-Sinn ist das. Föv? Ja, Föv. Föv. Wow. Hey, Jungs, ich bin ein bisschen fett mit dem Bild. Mike, willst du das Bild haben? Haha. Nice Trick, Luca. Nice Trick. Nice try. Das hat funktioniert. Perfekt. Oh, nope. Nehme ich nicht mit. Seh ich nicht ein. Meine Vision dafür zu opfangen. Hier oben, Magnifying Glass. Aka Lupe, ne? Ich dachte einer von euch ist grad der Bracken. Hä? Was Aka Lupe? Magnifying Glass heißt Lupe auf Englisch. Achso stimmt, ich hab das ja mit dem Spiegel verwechselt. Das ist umgekehrt was. Dann lass erstmal kurz zum Eingang abgehen. Ja, ich bin dafür, dass wir gehen. Erstmal. Gehen? Letzter Tag, ne? Wir müssen jetzt. Wir haben es geschafft. Aber wir brauchen den Puffer, weil die nächste Foto wird sehr schwierig. Weil die Hütter höher. Plus wir haben danach nichts mehr hier nach. Ja. Oder was heißt nichts wenig? Ich glaub wir haben wirklich nichts. Danach. Ja. Schon richtig. Mal hier zurück. Ja, ich weiß. Boah, wie ich mir den Weg gemerkt habe. Ich Gott. Ich denke, Janik war auszukommen. Ich bin krank. Ich bin krank. Ja, ich bin krank. Junge, ich bin krank, du Arschloch. Ja, okay. Sorry. Dann nehmen wir das Mikro nicht in den Mund, Alter. Ja. Ja, ist nicht in meinem Maul, Digga. Hast du schon mal einen Krustat gehört? Ja. Das ist so, Alter. Bist krank, aber machst anscheinend nicht dagegen. Digga, ist ja... Giant! Oh. Oder? Ja. Nein, ich hör nichts. Doch, ja. Hier, haus, 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 haus. Lass mich rein. Ja, bin drin. Sorry. Hallo. Sorry. Die scheiß Tür zu. Oh. Ja, schau das aus. Das Holz ist halt ein Lichtschalter. Es kommt. Hä, wer ist im Schiff? Hä, warte. Ari ist im Schiff. Mari ist im Schiff? Hä? Das ist ein Scherz. Aber wirklich. Hä, ist Gott. Was ist wenn der abhebt? Hä, wenn der abhebt, ich köpfe ihn. Ich glaub er ist tot. Ich hör die Musik. Ihr auch? Nee. Nee. Ich versuch's kurz. Ich auch. Ich komm mit. Digga. Doch, laut ging immer nicht. Sorry. Komm mit. Er ist links. Yolo. Peg it, peg it, peg it. Pakete. Mit drin. Komm. Oh, das ist echt ein Lappen. Der lässt den Kasten schwer liegen, ne? Ja, schau so an den Kasten, Alter. Digga. Ich hab ihn mitgenommen. Ich hab ihn mitgenommen. Der 14er Kasten ist es nicht. 14? 2-1 haben wir, Digga. Tschüss. Das ist eigentlich voll gut. Ist gut. Aber wir müssen jetzt... Du hast nicht geisteskrankt wie ich gespürtet bin, ey. Digga. Wir haben dich nicht mehr... Wir haben dich nicht mehr bemerkt. Ja. Ja. Boah, 400 war schon schwach. Muss man sagen. Ja. Dann würde ich sagen, lass abgeben und lass dann die Clips angucken und aufgehen. Guter Deal. Ja. Sehr nice. jetzt kurz ist so jungs stoppt euch mal europäische an die warte wo ich dachte warum ich so fett wie 73 das dauert ja ein bisschen wir müssen jetzt alles abgeben achte darauf dass wir ungefähr 400 left haben ja das geht mal einmal 1 1 4 haben wir noch alles klar 714 haben wir schon von 1700 aber ich muss sagen das tut irgendwie weh alles weg zu geben irgendwie ist das halt jetzt vor allem irgendwie ist doch geil aber irgendwie tut es auch weh wir haben noch 800 ungefähr 400 noch ist noch offen ja ne? ok ist offen wie haben wir jetzt? wir scannen mal auf den Schiff wieviel wir noch haben mit dem Schiff 613 738 ok was brauchen wir noch? haben wir denn hier noch alles? 314 liegt da 400 brauchen wir noch warte mal gucken was der jetzt ich hab ich äh 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 ne ja so seit naja wo sind hier eigentlich 500? keine ahnung ich such's auch gerade keine ahnung 100 das ist für die mod spinnt oh ne ja die beiden aufs ungefähr oder Marek hat noch was mit Marek hast du noch was im Inventar? ne ich hab's noch nicht abgegeben wir können noch tauschen ok achso ne du kannst die Sachen da nicht mehr wegnehmen das geht nicht mehr ich hab die nicht hingelegt achso warte 139 warte ich rechne mal fix äh jannik jannik erinnerst du dich an den clip wo ich gestern den Schrank gemoved habe? ja daran habe ich gerade gedacht ich dachte vielleicht sich die unten verpackt ja genau das gleiche ich hab genau das gleiche hier Comedy dürfte reichen die Bottles ach ne ne warte warte hier guck mal stark Mathe Mann hahaha Mathe Mann haben wir noch ein Furzkissen? äh nö wir haben noch die wir haben Tragedy noch hier 30 äh nehmen wir 30 Tragedy uuuh uuuh 18 fachsig ja wir haben noch 400 400 Alter wir haben heute mit 2 4 glaube ich gestartet ne ja warte mal die werden die Schaufel ich nicht ich auch nicht ich hatte sie hier abgelegt haben wir den verloren ey uuuh let's go ok wir haben's Mairi kannst du die Schaufel warte warte ich hab kurz gucken Hast du die Schaufel? Ich bekomme kurz die neue Coda sehen. Hey, guck nicht. Versuch meine Taschenlampe. Ich hab die hier hingelegt gehabt eben. Hier, hier liegt die. Ach da! Ach da! Nein! Nein! Nein, nein, alles gut. Ich verklopp hier auch nichts. Alles klar, sehr schön. Jetzt passiert eh nichts mehr. Das ist eigentlich 2, 4, oder? Wir hätten eben statt Trash-Ziel auch uns abgeben können. Stimmt. 2,000 ist zu kackt. Ja.